recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter wir sind in folge 101 von avorion ja wir sind auf dem weg um material zu bekommen um dem was war es maschinist oder was von botan da die sachen zu bringen damit bei denen sprungantrieb unterbrechen können da sind wir weiter voran haben wir letztes mal glaube ich schon vor gehabt aber machen wir diesmal nach dem intro so ich bin noch in einen anderen sektor gesprungen ja ich bin doch in einem anderen sektor gesprungen so auf deutsch ne und jetzt wollen wir gucken was das hier schützwerft die brauchen wir jetzt gerade nicht gibt es hier noch einen ausrüstungs dock ja da oben da ist ein ausrüstungs dock gucken wir mal was die haben waffen tesla geschützturm nichts besonderes und transporter software der feste redaktiv dock abstand das ist das ding was wir brauchen transporter software so los geht's hin da wir kaufen die also nix traktor strahl der zieht uns ran aber wir brauchen die transporter software damit der traktor strahl uns ran zieht so und sind die docking ports ja kommen gar nicht die docking ports deswegen brauchen wir jetzt ein traktor strahl ist klar oder ausrüsten hier war es den kaufen so jetzt kommen wir weiter was wir noch brauchen das ist hier um andere waren zu kriegen standard handelssystem da brauchst du tausende von systemen um da weiter zu kommen dann brauchen also nicht drüber reden raketengeschützturm hört sich ja cool an oder der reparatur geschützturm ist natürlich cool aber nein wir wollen diesen raketengeschützturm jetzt mal gerade kaufen ach da gibt es auch zwei von dann nehmen wir auch zwei so weg vom dock von der docking station also weg vom ausrüstungs dock das war schon so richtig würde ich sagen jetzt haben wir das hier geguckt jetzt müssten wir nur schauen ich weiß gar nicht mehr was unsere aufgabe also welche sachen wir brauchten wir das hier zu sehen wenn wir es hier ne freund meines freundes drohnen beschleuniger ok jetzt habe ich gerade hier das hauptmenü aus versehen macht weil ich gerade meine liste in vorderung gebraucht habe weil ich auf einem anderen bildschirm schon ab das was hier steht habe ich mir aufgeschrieben damit ich das auf jeden fall weiß dass ich das hier kriege so jetzt kommen wir gerade rein wir brauchten halbleiter und keine kabel und transformator brauchen das heißt das ist schon mal definitiv ein punkt wo wir hin müssen den gibt es da oben da also auf die reise transformator fabrik nur 81 kilometer weg oder 115 sogar wahrscheinlich super auf der anderen seite der galaxie gleich ist unser energie antrieb alle ja das hat gut geklappt aber glaubt keinen schaden genommen weil wir da gerade so mehr gedriftet sind naja jetzt ist der sagt alle der ist ja gut geklappt na ein hilfssystem braucht alle energie weiß bescheid die sind ordentlich am bauern da ne ein port zum docker würde ich gerne traktor strahl an wir kommen dran so auf geht's und wir brauchen fünf transformer fünf kaufen und zwei verbessert kohle ich hoffe die transformer sind das hier hier was verkaufen energie zählen plastik silber silber stahl aber aber sowieso nichts mit gut so erste haken bei transformer zu setzen sozusagen aber hier weg dann hier reingeguckt reparatur der ressourcendepot ausrüstungsdurchschutz handelsposten den kümmerat mal reingucken weil bei handelsposten gibt es ja auch immer güter zu kaufen ne n wie neutronen beschleuniger nein e wie elektronen beschleuniger nein fusionsgeneratoren nee transformer haben wir halbleiter h wie halbleiter bei g und ja nee und prozessoren lassen wir zahlen nee diese handelsposten hatten nix was wir gebrauchen können aha dann würde ich sagen gehen wir auf die karte und schauen nach dem nächsten grünen blip hier da ist auch einer ich will den nehmen ist da notruf notruf würde ich jetzt aber nicht wir springen mal dahin weg sind wir gucken uns da an was gibt es hier nur zwei tore war also nix besonderes wo geht denn das tor hin was hier neben mir ist ost tor wir sind da weggekommen also springen wir da nicht rein ist das andere tor weil ist das weg weit weg nehmen wir unseren anderen antrieb oder so hier gibt es ein bisschen mehr zu gucken handelsposten gibt es ja schon mal zwei warum bin ich jetzt immer hier so doch so das wollte ich gar nicht wollte einfach machen für handelsposten und gucken was die verkaufen fusionsgeneratoren wunderbar zwei stück brauchen wir da das heißt wir fliegen da hin der ist da das schon mal gut ist nicht so weit weg so ich glaube jetzt können wir schon langsam werden ja mir fällt gerade ein dass wir eben den transporter gekauft haben aber überhaupt nicht eingebaut haben docking stationen aber auf anderen seite oder wie sehe ich das die traktor stadt und fusionsgeneratoren brauchen wir 2 222 kaufen wir das brauchen wir noch energie und werter haben wir den neutronen beschleuniger haben wir nicht elektronen beschleuniger haben wir nicht halbleiter haben wir nicht und prozessoren aber nicht gut karte hier aufmachen alles kosten da auswählen der ist da der punkt gerade ein stück von weg und f drücken und gucken was wir haben an die grafprozessoren das bedeutet wir fliegen auch da ein und wir die da auch noch ab dann fehlt nicht mehr viel in anführungsstrichen halbleiter fusionsgeneratoren ne die haben wir schon energieinverter war das so aber bei den docking port zurück genau da ist er gut und güter handeln und die prozessoren brauchten wir 2 kaufen passt ok wir hätten natürlich jetzt gerade auch einmal hier gucken können was wir verkaufen können also ne da kann man es nicht sehen alles können wir nicht sehen wir können nur das sehen was die kaufen wollen so jetzt haben wir fusionsgeneratoren haben wir prozessoren transformatoren und entschuldigung 1 2 3 sachen haben wir erst ok gut war hier noch mehr ne 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 halbleiter waren hier nicht gut das bedeutet hier sind wir sozusagen durch wenn nicht hier noch eine andere quelle ist ne ist es nicht äh karte springen wir da hin oder lass uns mal gerade ins baumenü gehen und oder haben wir das hier unten ne ne generator triebwerk frachtraum triebwerk panzerung also wenn wir was brauchen dann sind das ein energie container vielleicht noch ich würde das schiff noch gerne ein bisschen größer bauen damit wir zugesehen dass wir ding ins kriegen wie heißt es dass wir was hat das jetzt geklappt ja super ich wollte nur einen kleinen klotz haben mehr wollte ich gar nicht ne und dann macht er irgendwie sowas da wieder zack 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 dorthin und dorthin und den generator machen wir dahin so jetzt haben wir da noch mal was nachgelegt und ich würde jetzt gerne aus dem baumenü raus und gucken ob wir hier noch was jetzt nachträglich einbauen können wir haben keinen platz gekriegt so das alles fest installiert schon aber das noch nicht und jetzt haben wir dieses teil transporter software 2,1 kilometer abstand aber es ist ja nicht aktiv transporter block auf dem schiff ist benötigt okay den habe ich noch glaubt gar nicht dann würde ich sagen holen wir uns noch einen transporter block machen jetzt hier noch so einen ganz kleinen gitterstein erstmal wieder setzen wir mal dahin jetzt müssen wir den transporter block raussuchen computer kern überraum kern transporter in diesem material nicht verfügbar nicht verfügbar nicht verfügbar alles klar das heißt ich muss erst hier xanion haben um das ding zu kriegen alles klar dann geht das noch nicht jetzt gehen wir dann erstmal weiter ja schauen wir dann mal oder was gibt es hier alles ein handelsposten ist doch schon mal was und zwar hat der was früchte gemüse gemüse wird nur gold kriegsroboter neon plastik platin sauerstoff stahl da ist alles das nicht was wir brauchen gut ich fliege weiter richtung zentrum jetzt weil wir wollen ja gucken dass wir die sanion vielleicht irgendwann auch mal kriegen ok dann würde ich aber sagen sind wir erstmal in dieser runde fertig ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch keine ohr abmacht 1 falls euch die folge gefallen hat gebt einen daumen hoch macht euch die glocke an damit wir das nächste video hochladen gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen hier ist nix ich werde dann gleich offline noch weiter springen ich sag mal bis zur nächsten folge ciao